Drei... Eins bis... Eins bis zwölf... Oh, zwölf bis vierundzwanzig. Okay, wir gehen übers... Oh mein Gott, plötzlich sind sie die mir einfach... Mwaha... Mwahahahaha... Alter, wo ist der Sandawa? Dann... Baller schwimmen. Der muss hier irgendwo stehen. Irgendmal an der Seite. Da ist aber nix. Andere Seite. Kein Tantfeld, gar nix. Vielleicht, ähm... Biolabor? Hm. Kann auch sein. Das Wappen sind auch ne Galaxy. Ist unsere. Echt? Eigentlich schon. Du dir ist eine hoch, ne? Du dir ist eine hoch... Nein, ich will die Spawnbiken mitnehmen. Hier ist es. Ah, komm wieder, der hat Karma, der ist gut. Wir haben A, gut, 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 gut. Okay, ich müsste irgendwo von da kommen. Siehst du den Typen, der da auf der Karte ist, der gegangen ist? Ja, da hinten, ja, ja. Ich vermute mal zwischen den Steinen werden... Irgendwann sind Steine. Diese Richtung, wo ich jetzt gerade laufe, der muss irgendwann ran. Weil der ist kaum gerade von da. Es ist ja kein Zufall, dass er von da kommt. Also... Es ist ziemlich dringend, dass es zu voll ist. Ja, gehen wir mal gucken, ne? Mach mal da, aber findet bei mir so ne... Sprung-Ding. Jumpet, meinst du? Ja, es ist ein Jumpet. Ich... Und man kommt auf die Biolabor. Denkst du, sie sind da drüben gespawren, da ist Quad rüber gesprungen? Beschlossen, ne? Okay. Die kamen auf das Ding beim Biolabor. Weil dahinter ist so ein Jumpet. Okay. Feindliches Kampflugzeug. Gemeinsatz geht. Aber ich würd's nicht ins Videolabor reinspringen, weil da einfach ne Max ist und einfach alles weggefickt. Ne, ne, ich warte hier. Waffe da, Alter. Waffe da, Alter. Peemwaffen, ey, Ding. Ne, ne, ich warte hier. Kein einziger OP-Waffe, Alter. Ah, bis da oben. Boah, der war grad der Mann, aber das wird zugesprungen. Ne, die werden jetzt auch nicht mehr kommen. Wenn wir da haben, gehen wir mit dem Teleporter rein ins Biolabor, also zu zweit brauchen wir aber auch nicht ins Biolabor gehen. Ne, eigentlich nicht. Ja, wir verteidigen jetzt die Stationen, dann gehen wir in die nächste Base Cap. Da ist einer, einer. Boah. Shit. ajo. Halo. Joaawool, das versteht's nich. implicatilo Ja sootha, ja. Ja sootha, mehr Sajoy. Can ich auch, ja. traurig ne? Unsere Elite-Spiel eigentlich, wo wir mal fast 400 Folgen haben. Ja, unser Elite-Spiel ist einfach, was es knall ausmacht, alter. Bleib in Bewegung, du wirst gewinnen. Ich glaube, ich nehme einfach mal irgendwann mal so auf, wenn du nicht da bist, irgendwann mal so eine Runde. Naja, guck mal, das wäre eine schlechte... Oder 15 Minuten noch eine Planetzeit, auch wenn es dann nicht die beste Folge ist, aber bei dir ja auch nicht. Aber, das läuft. Ja, wir haben es ja ordentlich weggefickt. Biola-Boss sind die Leute, also wir könnten die im Teleporter ruhig nutzen mal. Wieviel haben wir denn da drüben? 30%? 1 bis 12, oh, 12 bis 24. Okay, mir geht das Jumppad, das ist ein bisschen näher. Ich bin schon drüben, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's komplett im Magazin reingedrückt und er ist abgehauen. Och, shit, jetzt lande ich voll im Dreck. Nee, nicht den Jumppad. Nein, das Jumppad war raus. Habe ich dir doch vorhin gesagt, dass du nicht Jumppad nicht benutzt hast. Das heißt, da stehen ein bisschen viele Leute. Bisschen, ist gut. Ich mach jetzt auch mit BAM. Ja, aufwicht doch. Wo sind wir denn hier? Hä, haben die denn... Ah, nee, wir sind da, jetzt müssen wir mich erstmal wieder orientieren. Was? Yo, da war ich. Guitar, OP. OP, ja? Hat er gecheatet? Ich hab eher geschossen und hab meine Rüstung, meine schwere Rüstung angehabt. Meine Fähigkeit und ich hat's einfach nicht geübt und was sind die Täter. Ja, ich hab'n Sunny getötet. Ein Flandernator 2000. Geil. Dieser Fuckhammer, Inka, der ist cool, der Milch einladen, der ist top. BAM, man, ich hab'n Schuss. Ich hab'n Schutte. Ich hab'n hier zusätzliche Munition. Oh. 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 Da war noch einer. In der Tat. Fall in der Tatort. Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet! Es ist gut, dass hier nicht so viele Heile-Welpen rennen. Schon wieder Fallonator mit seiner Tal, Alter. Alter, da ist ja nix los in diesem Puff hier. Ich will mal einen, dann kommt Fallonator mit seiner Tal, und f*** mich. Woller Ping, oder was? Boah, C4! Hm, dieser Typ, der ist gut, der rätzt mich jedes Mal! Hallonator irgendwie, ja. Wer wiegt denn? Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet! Könnte einen Sanitäter gebrauchen! Hier, Moniker, bring dich wieder in Ordnung! Feindlicher Sanitäter gesichtet! Hey, Fallonator Sopi einfach! Der ist mega gut, Alter! Level 25er und f*** einfach rein! Alter, wir haben hier keine Chance! Ja, weil es mehr sind! Fall kein Kill ist, muss ich wissen! Ich komm nicht mal raus zum Schießen! Ich komm nicht mal raus zum Schießen! Nicht immer! Ganz in der Zeit einfach! Bis da, wo dieser, äh, das Scorpion 78 ist, da musst du rausgehen und da hingehen und dann hier so chillen! Und schön auf den Kopf zielen! Alles klar! Haha, schön auf den Kopf! Den juckt's einfach nicht! Ich hatte Team G50 und f*** mich halt von 5 Schissen, Alter! Juckt ihn einfach nicht! Er hat das Schutzschild verloren, Alter! In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion! Oh Gott! Oh mein Handy! Haha, ich hab's gehört! Wahrscheinlich, der Spion f*** mich einfach hart! Obwohl ich den Chill dann... den Chill dann hatte! Naja, jetzt bin ich auch mal weg! Oh Mann! Und schon wieder werde ich wieder belebt! Oh, der, der, der Spion, der hat was! Alter, dieser Typ ist ja mega gut, Alter! Ja! Hmmm... Varte! Mal machen das ... Who? O-oh-oh-oh-oh! Heso! O-oh-oh! O-oh-oh! Varte!